und bin ich oder ich hab ich auch fast einen halben Steck Pfeil in der Nacht verbraucht es gibt gar nicht Ferdinand wieso löst sich dein Sattel mal, äh dein Lassum manchmal? Kannst du mir mal erklären? Da kann Bock mehr auf dich, der will mit dem Schluss noch nein also das von dir das Pferd wenn ich zu schnell reite, so komm mit da jetzt ja kein Wunder dass es abhaut so, dahin ist das schon von mir gezähmte deins durfte ich ja leider nicht zählen, das musst du ja machen ne, musst du gar nicht, aber ich hab's nicht gezähmt weil ich mir nicht sicher war Alter, ich bin in dem Wald schon what the fuck Alter, durch den Wald reiten ist echt keine gute Idee hätte ich mein anderes Lassum noch, hätte ich die jetzt beide am Lassum genommen und wäre gelaufen hab ich das, kann ich mir noch eins machen? ja, ich brauch nur ein Crafting Table gut, dann mach ich mir hier vier Holz geil,o jetzt hab ich auch die Errungenschaft erzielt, oh mein Gott so auf Keff nachzumachen der mach ich doch nicht erho, erho nur weil ich geiler sage ja fuck, wie ging das jetzt nochmal ach so, in die Mitte, genau, so jawohl komm mit bim fuck, wie das aussieht lol wir kommen hier nicht durch, Pferde wie soll ich das machen? lass mich immer umdrehen oh lol ja, so bleibt das da stecken komm jetzt ich will endlich nach Hause und euch scheiß Viecher einsperren, ey Alter, sowas werde ich nie wieder machen ich werde auch nicht noch eins holen das kann man immer mal machen, wenn man dazu Bock hat, ey jetzt mal also, wir waren jetzt die ganze Folge lang weg, Leute ich weiß nicht, wie euch das so gefallen hat geilo ob das mal ganz ja, ja, ob das mal ganz cool war, oder ob ihr lieber wollt, dass ich auch mal mitbaue äh, äh, tut's euch lieber nicht an Alter, Tobi jetzt soll ich doch noch mal auf die immer so ein Schuss Alter, ich muss meine, ich muss nicht, ich muss nicht, ich muss für die Ferne den Weg freibauen, ich muss für die Ferne den Weg freibauen, ich muss für die Ferne den Weg freibauen, das ist beleidigt, ja dann tut mir natürlich leid, ihr könnt natürlich Tom auch nur bauen lassen aber ich will es euch trotzdem nicht antworten ich bin nur 500 Blöcke entfernt ne 400 ist ja 1100 oh ja, ich bin so auch scheißendreck, ey Pferd, was machst du, komm doch mit, ey stell dich doch nicht so an, nur weil du mal vom Baum rennst, ich hab dich doch an der Leine, du musst doch einfach nur wieder hinterher gehen die Viecher stellen sich aber auch so dumm an, ey ja Junge, das regt mich so auf ich hab keinen Bock mehr auf dich ich bin im Schneebium wo ist denn das, bitteschön? ja 2000 minus 1100 ich bin auf dem Weg ich weiß davor kommt noch ein Schneebium oder bin ich da an der Wüste wo das Dorf ist so ich will, ich will nicht in Schneebium, wir sind so viele Bäume, da kommt glaube ich, ne, Licht, oder sowas so, da kommt eine Wüste, ja da kommt eine Wüste, ja ich bin gleich da Leute, Pferde freut euch doch mal schade ja Tobi, du, ich bring den Pferd mit, man wow danke ich bin begeistert ich kann's auch gerne stehen lassen ja, da ist das alte Dorf boah, kollegas, wir sind gleich da glaub ich jetzt also Wüste ist gefährlich, ihr passt auf, ne, da sind so böse Kakteen und so, ihr wisst Bescheid die Zuschauer? nein, die Pferde wieso, komm ich denn bitteschön von hier ich bin ja gerade aus dem Sumpf gekommen, jetzt komm ich am Wüstendorf vorbei Alter, bin ich falsch gelaufen am Anfang boah, Gott sei Dank gibt's dieses, äh, Gott sei Dank gibt's die Koordinaten in Minecraft sonst wäre man ganz schön manchmal gearscht ja, ok, es gibt ja auch Minimap und so, aber so ohne, oh, es wird schon wieder ein Nachteil, wir waren schon wieder einen ganzen Tag lang weg aber es hat sich gelohnt ich habe jetzt zwei schöne Pferdchen wenn wir dann noch für die beiden eine Diamantrüstung im Dungeon finden, die kann man ja leider auch nicht mehr craften die Rüstung finde ich ein bisschen schade, weil Diamantrüstung war für die nicht schwer zu craften ja ne, war nicht schwer brauchte man nur einen Diamant jetzt kommt mit, grasen könnt ihr später ich sehe nämlich schon das Haus, juhu guck mal Tobi, ich habe hier zwei Pferde am Lasse wow ja, man oh mein Gott hallo wie geil ist es, dass wir jetzt einfach in der Season zwei Pferde und ein Esel haben ja, das hier kommt wieder um dann fuck, alter fuck ich höre hier Monster ich muss aufpassen Tom, du bist sterben nein, aber ich meine, wenn jetzt ein Creeper kommt, dann bin ich gearscht, weil ich diese Pferde halt im Schlepptau habe und das ziemlich schwer zu kämpfen ist und da oben steht einer am Gehege oh, du bist da hinten da unten irgendwo ich bin mal gespannt, was ich so Torben das besser ich auch keine Angst, ich bring jetzt erst die Pferde aber weg nein lol, wie viele Tiere sind denn jetzt hier bitte Entschuldigung und wo ist der Esel hin? der Sau irgendwo oh ah ja, oder ganz hinten äh, Tobi äh, sollen wir eben ein extra Gehege für die machen hier? weil die kriegen wir dann nie wieder raus nur so ein ganz kleines wo wir die ankeppen können hast du... ja, ich hab keine Zäune dabei ähm, wohl mach's an ja, okay, ich koppel die so lange hier ans Gehege ran, ne? ja, ja hast du dir zwei Lastes gemacht? ja, ja, klar boah, Junge, das ist ja noch nicht gezähmt, komm her so so wir haben hier sieben weil sonst wär's ja ziemlich unklug gewesen, wenn ich nur eins gemacht hätte und, ne? dann eben das passiert was mir einmal... ich hatte ja vorher zwei, aber eins ist abgehauen so so, dann hol ich hier mal kurz Zäunchens und mach denen eben auch ein kleines Gehege ja, wir haben noch zwei, ein halb Stacks Zäune aber ich brauch gar nicht so viel ich brauch höchstens eins zack dann mach... ich mach denen erstmal nur ein ganz winziges Gehege damit die einfach so einen kleinen... dann bringe ich da auch den Esel rein später können wir denen ja mal einen Stall bauen oder so wenn wir genug Zeit und Lust dazu haben oh, ich bin Idiot boah, Junge, ey scheiß Skelett, ey, macht einen Abgang Alter du willst es doch auch tschüss Junge, wie viele Sachen ich immer von den Kriegen das ist so geil Tobi, wenn du Pfeile brauchst, ich kann immer welche liefern, ne? ich brauchte du dir doch echt oh na 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 ähm ähm du 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 ach komm, ich mach die Pferdekoppel erstmal ein bisschen kleiner einfach so genau der übertreibt es nicht, ne? da sind nur drei Pferde ja, 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 ich hab die drei Pferde hallo, Tobi, ich hab die ich hab die im verletzten anderen Gegend winzig gemacht so gut das wird der hinterher wieder abgerissen und da kommt was neues aber ich freu mich jetzt, wie den Esel da rauskriegen soll ich kann da drüber rüpfen, genau Junge, wie die Kühe hier alle sind Alter so komm Esel da ist kein Sattel drauf okay ich muss nochmal rauskriegen, mach mir den Weg frei fahr, zieh dich okay so so die Pferde können nicht abhauen, das ist total geil die hängen mit dem Lasso da fest und das geilste ist, das kann man bei jedem Tier machen was? ja, ja lass sie irgendwo fest so, ja können wir mit den Kühen machen ja bestimmt da bräuchten wir nur mal eben 500 Los äh Alter, kommt der Esel da bitte schön nicht drüber hey komm, so dämlich ist es doch auch nicht okay, er ist dämlich ja und die Kühe steht alle am Ausgang wie sehr ich mich doch darüber freue dann gehen wir einfach aus wenn ich nicht erwarten, was ich gerade anhabe äh, keine Ahnung das möchte ich auch nicht wissen meine Hose Scheiße, wärst du so schnell gemerkt Leute, ne, ich hab einen geraden mal einsch stimmt, dass wir auch nicht geil ich fand diese geil so, dann ist die Esel auch ein geschissenen Stall boah, weil das ja auch dieses Näht hat der Teil verletzt das freu ich mich voll oh mein Gott, ich freu mich voll, dass wir Pferde haben wenn nicht dieses Scheiß nicht ja, ich helfe also, wo ich helfe kann ich wollte es dann boah, Jungs Mann, Scheiß, das ist ja okay ich sollte sagen, wie der helfe kann ich fahre mir die ganzen Creeper so, so ein Idiot, alles vorbei mein Gott, Creeper gleich tot ach, du hast doch schon zu ich guck mir das mal hier so an ich guck mir das mal hier so an wie das denn hier so aussieht oh geil, der Zaubertier besteht jo mega ok Leute, so sah das auch schon mal aus oder so ähnlich und hier wird jetzt auch der Brauraum nice gut, ähm dann überlegen wir mal wolltest du da hinten, dass da die Schienen rauskommen oder was willst du da machen weil ich kann das theoretisch so machen, dass da dann Minecraft steht ne, so mein ich das nicht nein, scheiße Wasserheimbruch ne, so weil du, weil wir können das theoretisch so machen, dass das Maika dann direkter vorhält dass man nur durch diesen Schlitz packen macht nur durch diese Öffnung ohhhh, nur einmal durch diese Öffnung greifen muss und dann kann man das Maiköfen lassen dann hier dort auch so ein Knopf drücken und dann fährt es wieder raus ne, ne, das ne, guck mal jetzt meine Wasserflasche äh, da gibt die Glasflaschen drin und hier ach so, da kann man die auch nicht so einfach ja, okay es geht rein und die Wettbewerb es wird es nur unendliche Wasserflasche oder da jetzt mal ausprobieren ja ja, geil äh, trinkt die mal leer und gut wieder mal ein und dann macht hier dann eben noch so ein paar Schilder drüber und so genau ja, Leute aber ich eben auch, willst du es fährt an gucken? äh, ja ich sehe nur noch mal genau, mach uns mal also deins ist das fleckige ja, das ist das fleckige ja, das sind zweifleckige aber dann, Leute dein Satz, die größeren Flecken weil es mir Pfeile gibt, ach so genau hier mit einem Schuss hier, deins ist das mit den größeren Flecken das weiße das, was finde ich, nein, nicht der Esel Leute, pass auf, wenn du den jetzt abschießt da, nicht das, das meint äh, das ist meins hier das mit den größeren Flecken das hier, Tobi ah das, das hat doch, guck mal, da wird gerade der Bund nein, nicht mal oder jetzt warte nein, bist du dumm nein, nein, nein junge nein 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 Tobi, kannst du einfach mal aufhören weißt du, wie lange ich dafür gebraucht habe? ich wollte das Schaf trennen mhm also das ist wirklich Stiles ja, ich weiß okay du zählst jetzt einfach das Fertig, das ist dein mit ner, mit ner leeren Hand, falls du dich englässt leere Hand mhm 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 mh mhm es ist er schwarz ist wo er so versagt haben oder ich und danach auch total das jetzt in der noch zwei leben er und vor allem ist angeleitet ich habe er ist auf dem er ist was anlaufen zu sprechen ein das geht auch so ja schützt 1 bei den Klosterwahl in der Zeit für schnell richtig gefällt er wird auch mal ich muss dich ab also wenn du vom Fett schießt kann es Brrrr Brrrr Brrrr